So, jetzt bin ich wieder da, wie könnt ihr sehen, wie schön noch der Schnee liegt und wie hoch er noch teilweise liegt und dass die Schneeraumfahrzeuge noch immer fest im Einsatz sind. Es wird auch noch dieses Salz oder Ersatzmittel für Salz gestreut, damit die Straßen halt nicht glatt werden, also mit Eis überzogen sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.